Die hierzu erwerbende gut gepflegte 3-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Bielefeld-Badenhausen. 1999 wird das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung verfügt über ein Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller und einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 94 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Erdgeschoss-Wohnung auf ca. 152.900 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.